Ich habe hier eine Funktion f von x und ich suche eine Stammfunktion und die Stammfunktion soll bei 3 ein Extremum haben. Jetzt ist ja so, Maximum bekomme ich immer, also wenn ich, normalerweise, ich habe hier f von x, ich suche das Maximum, dann mache ich f' von x gleich 0. Ja, also wenn ich hier ein f von x habe, dann ist die Ableitung ja das f. Ja, und wenn ich f von x gleich 0 setze, bekomme ich zwei Nullstellen, nämlich x1 gleich 0, x2 gleich 3. Das ist ja ein Produkt, Produkt ist 0, wenn einer der Faktoren 0 ist. Das heißt, jawohl, also ich kriege hier schon so Max Min. Und jetzt, aber diese 6,75 sind noch so ein Problem. Um den Term der Stammfunktion zu bestimmen, muss ich das ausmultiplizieren. Ich kann nicht hochleiten, wenn hier ein Mal steht. Es gibt keine Regel, keine Produktregel der Stammfunktionbestimmung des Hochleitens. Also ausmultiplizieren, los geht's. f von x gleich minus x hoch 3 plus 3x². Und damit habe ich Groß-F von x ist minus 1 Viertel x hoch 4 plus 3 mal 1 Drittel x². Ein bisschen schöner machen, also minus 1 Viertel x hoch 4 plus x hoch 3. Und plus c, gehört hier auch noch hin. Hier noch so rein, plus c. Es gibt ja jede Menge Stammfunktionen, da kann ich plus 17 minus 212 und so weiter machen. Jetzt, wenn ich sage, ich will diesen Punkt, ja, dann setze ich den einfach ein. Das ist hier mein x, das ist mein y und dann setze ich das ein. Weil ich möchte, ich kann ja das c so bestimmen, dass der Punkt drauf liegt. Und dann setze ich den Punkt ein. Also f Doppelpunkt, f Doppelpunkt y ist gleich, ich schreibe es ausführlich hin, y ist gleich minus 1 Viertel x hoch 4 plus x hoch 3 plus c. Und jetzt eben einsetzen, 6,75, 6,75 ist minus 1 Viertel x 3 hoch 4 plus 3 hoch 3 plus c. Und wenn man nach c auflöst, kommt raus, c ist auch, c ist 0. Genau. Es geht sich zufällig aus. Könnte aber auch c gleich 17 sein oder eben sowas. Das war schon, also jetzt haben wir schon gezeigt, es ist ein Extremum. Wir haben gezeigt, es ist für c gleich 0, ist es bei 6,75. Das ist ein Max und kein Minimum oder Terrasse, das habe ich noch nicht gezeigt. Aber das sieht man, wenn man den Graphen anschaut.